hallo herzlich willkommen zurück zu der beinig auf isaac repentance rerun zuletzt haben wir schön mit azazel delirium erledigt und challenge dauert lange ich hab doch irgendwo gibt es doch neben geld nur wenn sie muss ausmachen jetzt kriegt da gerade keine lust ich bin noch mal in random ich hoffe nicht okay bäffernig geht ja noch okay ja ich hab nur noch eine stunde zeit bevor ich die machen muss zur arbeit und man wusste es natürlich wer verschwunden torfahrts aha wo ist denn hin hasshake erledigt schon cool boss challenge kann ich versuchen glaube ich oh ich bin gerade erwöhnt dass ich hier fliegen kann ich habe nämlich gerade eine schöne runde mit azazel geschafft was eigentlich unfassbar war viral fans na gut warum nicht den haben anfang zu haben ist relativ gut das macht boom wenn ich dich sehe ich glaube bäffernig war sowieso 100 prozentigen also immer immer äh immer angel deals schön ich bekomme viele coins und schlüssel aber gibt es hier ein herz ja cool habe ich jetzt nicht erwartet hearts of two war so gewesen dass ich meine herzen verdoppeln also die heile ich glaube schon einherz habe heilig einherz also immer dass die aktuelle anzahl von herzen die kabel wird verdoppelt stimmt ja ich habe noch beim raum noch mal hier doch alter im raum gab es ja auch ein tinder drop schön ich werde zufrieden hat er drei minuten die borgs schön tschüss ab wheel of fortune kann weg auch noch mal hier sagt cool cool halt schon wissen wir tschönet gleich den nächsten boss erlegen einfach mal so kann ich mal angeteer bekommen ist das wirklich praktisch äh ich idiot war das wie ach man ja mein gedanke war boss war gewesen aber doch trotzdem eine bombe für den engel dass ich es mindestens alter nervt mich nicht schön hier würde ich einfach karte ist mir scheiße jahre alter hier geht mir cool ihr seid die geilsten überhaupt und mal weg klingelt schon wieder ich hasse es vielleicht sollte ich einfach mal ausschalten dass er jede halbe stunde klingen soll aber ich habe jedenfalls keinen bock das jedes mal auszuschalten unicorn naja besser als nix extra kontakt schaden extra kontakt schaden bin ich eher dafür also ich probiere mich gleich mal aus hier hehehe aber wenn es so weiter geht mit dem tempo für die glaube ich äh na ich muss gleich jetzt weiter infested ich glaube ja 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 unicorn ist interessant aber schießt du überhaupt ja schießt die frau war überhaupt bei mir planetarium planetarium danke 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 nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Richtig verkeckt. Oh man ey, warum sind die scheiß Flatter-Männer mal hier? Komm. Ja klar, wild Bombo haben. Nö, blick nicht, ich will den scheiß Mongo nicht haben. Oh Gott sei Dank ist ein Herz. Ich will mal weiter. Ich will einfach weiter. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr hier weiter. Sondern ich will die Map-Klose nicht machen. Ich will nicht sehen können. Oh bitte, was ist das für ein Raum ey. Alter, warum sterben die nicht? Treffe ich ihn einfach an? Ohne zu treffen? Stimmt. Äh. Äh. Stimmt. Schön. Kapsel bekommen und direkt wieder weg. Ach leck mich, ich habe Lust. Hier irgendwas zu suchen. Sei jetzt ganz ehrlich, das ist halt unlucky. Ach cool, nochmal keine Karte sehen. Die wundert mich unbedingt, dass ich gesagt, dass ich keine Karte sehen darf, wa? Ja. 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 Genau. Ach. Ja. 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 Da. Also ich habe glaube Bethany keine Chance mit den Scheiß mega Sautan ey. Also ich muss auch sagen. Ach. Ich danke für die Trollbombe, dass es mir ja geholfen hat damit. Danke, war knapp. Natürlich leidet er nach rechts danach, weil er Magic Mushroom gefressen hat, nehm ich die Pfeile mit. Oh, scheiße, wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich da was spenden, dass ich halt, ne, oh nein, was ist das denn für hier? Ich bekomme keine Kisten hier. Nö, konnte ich jetzt vergessen. Flo ist besser. Glaube. Glaube. Glauben soll man nicht wissen. Ich kann leider nicht reaktivieren. Ich denke mal, ich brauche wirklich Herzen dafür. Lassen wir jetzt ein Stück das hier. Ich habe erstmal ein paar Bomben und dann kann ich das hier explodieren lassen. Ja. Oh, danke Leute. Danke, dass ihr in meiner Richtung geflogen seid, alle drei. Mit der Zeitbombe, die mich tötet. Na ja. Bisschen schneller. Danke. 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 Du wirst so einfach ballern. Natürlich gibt es hier die Scheiße. Ja, danke, dass ihr nebeneinander gekuschelt habt. Also zumindest kann ich jetzt so mega, Satan. Ich glaube nicht, dass ich den Boss raus schaffe, deswegen lasse ich mir Zeit. Ja, welche Pille will ich denn verbessern? Es gibt glaube ich ne Tiersabpille, aber die Tiersabpille habe ich bis jetzt noch nicht gefunden mehr aus dem Anfang. Wollen wir jetzt hier lang gehen? Ah, das klappt sogar dafür auch, cool. Boah, bessere Active Item muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt... Da hinten gab es nur detonator, äh, diese detonatorischen Automaten, oder? Infested... Wir versuchen das einfach mal mit Pheromone Pills erstmal. Bis wir dann vielleicht ne bessere Pille finden. Ich kaufe zumindest ne bessere Pille. Ja. 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 Geht mir alle auf den Piss. Äh. Danke für den netten Schuss. Nochmal danke für den netten Schuss. 2 weg und dafür blick hier reingang für spinnen es ist nervig boom tja für ein prozent nur 50 prozent für eine münze und schon viel und schon wieder klingelt meine wecker sollte wirklich ausschalten in der nächsten halben stunde hört ihr noch zwei mal klingeln tötet euch gegenseitig tötet euch tötet euch ok bock gerade nix lags ah schön mal eine positive ich bin noch nicht fertig also ich habe nicht immer eine hohe wahrscheinlichkeit dass ich den scheiß äh äh irgendwie bekomme deswegen na klar so ist schon so close wir bekommen noch pretty flow oder auch gar nichts was soll ich jetzt dazu sagen gute ausbeute oder ich habe ein herz verloren kommen wir gehen dann noch den scheiß was ist secret room secret room warum wollte ich jetzt das sprengen gab es ein item shop noch was interessanter ich glaube nicht mehr also hier in der ebene nicht mehr ich glaube noch einen shop den letzten ich bekommen könnte bevor ich sterbe natürlich ach so die sind ja deaktiviert gott sei dank ey ich mag die pfeile so sehr ausgezeichnet die pfeile die pfeile okay die pfeile 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 Hm, entfährst das nur wieder. Ja, den BFF mit und dann tun wir den Rest hier. Gut. 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 Ich bin nicht begeistert von der Stelle gewesen. Ich habe direkt gewartet, dass der iPhone jetzt von links kommt. Geil. Hm, warum nicht? Also ich bin jetzt, ich habe wirklich so viel Leben. Das macht eigentlich ja keinen Sinn weiter. Glyph down. Ja. 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 probieren wir das hin ich glaube kommen wir gehen hier lang ich finde ich auch mega satt haben deswegen eine höhere chance dort um positive alte zu bekommen ok danke range up wozu und wird so klar wie schnell er ist der penner und wenn der ente die ist natürlich wir fast auf null gesunken ja natürlich ne zecke ne danke nicht 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 ich hatte also klar war ich nenne keine namen wird guckt der nette person die bei mir manchmal guckt die mich persönlich kennt und ich bin und ich ihn persönlich kenne lebt nicht wörtlich also es gibt manche sachen die sind sehr creepy zum beispiel dass am friedhof sein döner zu essen infested kreisen so als nutzten für die ganzen lack ups was das hier war ja klar wir sind die testung auch mal wenn ich es schnell noch schafft die hunden noch rausgehen mindestens bevor ich gehe noch was sinnvolles getan und da klingelt man cool ups los gedrückt ich kasse die cool danke ich mache das so ich kenne mich fast auf max stufe ist und die lack ab kann ich bisschen höher bekommen theoretisch ich habe eine blöde frage jetzt ich hatte damals sehr viel glück gehabt mit den scheiß kisten ja und irgendwann hat sich irgendwie ändert dass ich die kisten nur noch maximal einmal öffnen und dann die wieder ich habe einen lack ab äh ein lack von sechs ja aber ist immer noch zu wenig für mehr als einmal öffnen ich habe gesehen dass es nach unten geht der boss ja der pick unbedingt nutzen hm 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 ja Jut. Boom, boom, boom. Ich habe viel zu wenig Damage. Alter, ich habe auch keine Defense, gar nichts. Also das wird richtig scheiße. Jetzt wird mir noch den Scheiß Eternal Heart. Wir gehen hier durch. So, mit den Eternal Heart können wir zumindest das meiste erledigen. Also nicht erledigen, sondern was machen. Jetzt kommt er noch. Oh man, da folgen wir am meisten. Ich habe einige Lack Ups. Da wird sehr glücklich. Schön. Schön. Okay, weitere Tiers Ups gibt es für mich nicht mehr. Vielleicht auch denken können das hier war. Gut. Der zieht schon voll. Gut. Okay. Ich sage mal so, ich nehme noch das hier mit. die Pfeile bis ich vor dem Boss stehe. Weil jetzt bringt mir das viel mehr. Wir gewöhnen bei Bethany, die den Zusatz zu hart zählt. Boah, das nervt. Okay. Wie viel 1 Soul Heart. Ähm, okay. Ich darf jetzt nicht vergessen. Ich muss die Pfeile mitnehmen. Jetzt ist es natürlich voll. Ja, okay. Okay. Also Zona hat es nicht verbrochen. Ich habe das Polaroid, also nach oben. Was ist das denn für eine Herde? Was ist das denn jetzt hier? Ja, okay. K? Wie viel Spaß? Die Pfeile mitnehmen. Du hast es nicht bewühst. Es macht Boom, wenn ich dich sehe. Ja, ich werde erst mal Isaac töten, dann hole ich die Tunnelhard wieder. Ja. 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 Genau. Man wollte nicht zurückkommen am Ende. Zu viele Trinkets. Oh, da kommt noch ein ganz großer Wurm auf mich zu. Scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Warum? Nee, er geht eigentlich. Scheiße. Ich hätte es schlimm aber gedacht. Pheromones. Äh, ich hole mit Leben noch und dann gehen wir weiter. Ja, also so ein Boss, so Isaac, weil... Halbe Stunde hat noch Zeit. Könnte ich dann mit Nutzimbo noch rausgehen. Soll ich eine Hälfte dauern nehmen? Ja. Ja, er hat ja kein Leben, ja eigentlich. Sollen wir zu Secret umgehen? Nö, ich hab keine Lust. Und dann weggekommen, ja. Cool, cool, cool. Ich kann es erst, wenn die dunkel machen alles. Oh, scheiße. Das ist ein Scheiß jetzt, ja. Warum ist denn das zu hoch, ey? Was ist das für ein Scheiß, ey? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß. ja es wird glaube ich nichts mit den scheiß also die scheiß tier sein wird mir ein bisschen in den run jetzt verhauen das allgemein dunkel hier schon dachte das hat eine grundformel dunkel ist ok ich weiß nicht ob ich placebo weiter einsetzen sollte weil was bringt mir das denn noch dass sie überhaupt jetzt seinen dienst eigentlich quasi eigentlich erfüllt oh cool slowdown das ist so ein scheiß um 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 zum ε dem b um er um 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 lag auch vernünftig jetzt erst mal die ist aber das meiste höchste na gut das wort ja wenn nicht lag ab was gibt es denn noch und gibt es ja nichts mehr bekommen würde jetzt alles noch internal hart und dann jetzt zu mir sagt dann ja 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 ich darf halt nicht vergessen dass ich halt nicht so aus versehen will ich meine solo als Fick Waste weil der tier bringt er dass ich halt weiterhin man bin ich winzig ja er guckt immer so das war's easy da ist das Delirium, Delirium, Delirium schade ich habe mega Sonnen erledigt Gott sei dank ja ja Schnauze The Blessed Penny und Golden God you are a Chloe Baby okay oh Leute Bethany hat es jetzt auch geschafft endlich ich lass mal kurz mal angucken nochmal den oh warte mal mit ihnen mhm nur ihn und Bethany aktuell den Mega-Satanom gebracht einer der Tinten Charaktere hat er gemacht ne ne ok ja gut aber zumindestens meine Kollektion erweitert sich langsam ja du musst nur halt Charaktere langsam freischalten zum Beispiel Forgotten und The Soul äh The Lost also wie gesagt ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen ich hoffe euch hat die Runde von Beinig auf Isaac gefallen und hoffe man sieht sich bald wieder in der Runde von Beinig auf Isaac Repentance alle Leute haut rein habt noch einen schönen Tag ciao ciao